Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lebe-Glücklich-Podcast, dein Podcast für deine Seele. Mein Name ist Linda Giese und ja, ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast heute zu einer spannenden Folge, in der ich mit dir eine Erkenntnis teilen möchte, welche ich im Rahmen einer schamanischen Ausbildung erfahren habe. Es geht um die schwierigen bis hin zu traumatischen Erlebnisse in unserer Kindheit. Warum sie passieren mussten und welche Kräfte aus ihnen wachsen. Vergangenes Wochenende fand endlich wieder eine schamanische Fortbildung statt. Drei ganz wundervolle Schamanen leiteten uns an, tief hinabzusteigen in die Dimension unseres Unterbewusstseins. Ich gebe zu, ich hatte ganz schön Herzklopfen und zwar bis zum Hals, da ich aus Erfahrung weiß, dass diese Reisen in die Innenwelt sehr aufwühlend sind. In der Regel begegnen wir unseren tiefsitzenden Ängsten und all dem, was wir so gut verdrängt haben, weil es so schmerzhaft war. Wir trafen uns schon zum Nachmittag und hatten tolle, tiefgründige Gespräche in der Sonne. Eine wunderbare Gelegenheit, um im Spirit anzukommen und den Alltag für drei Tage hinter uns zu lassen. Ich erfuhr, dass für mich zwei Nächte vorgesehen waren, in denen ich tief hinabsteigen sollte in die Tiefen meiner Unterwelt und in zwei Kräfte eingeweiht werden würde. Wow. In der ersten Nacht sollte es um die Kraft der Jägerin gehen, welche immer in ihrem Zentrum ruht und die immer ihren eigenen Weg geht, egal, welche Pfade andere Menschen einschlagen oder empfehlen würden. Die schamanische Information war, ich würde lernen, als Jägerin meine eigenen Wegkarten zu zeichnen, um mich zu 100% auf meine eigenen, geschärften Instinkte zu verlassen. In der zweiten Nacht sollte es in die Kraft des Jaguars gehen. Der Jaguar habe keine natürlichen Feinde und beherrsche die Kunst des Unsichtbarseins. Auch sei er komplett angstfrei und dadurch in der Lage, sich in jede, noch so dunkle Situation hineinzubegeben. Die Kraft des Jaguars würde mir meine Ängste nehmen. Er sei der Hüter des alten Wissens und der Beschützer des Lebens. Heute möchte ich dir von einem Teil der ersten Nacht erzählen, da ich glaube, dass diese Information sehr hilfreich für diejenigen ist, die es auch nicht so leicht hatten in ihrer Kindheit. Als die Dunkelheit einbrach, wurden wir mit Salbei geräuchert. Wir eröffneten den heiligen Raum und luden die Spirits, die Erzengel und die aufgestiegenen Meister ein, uns auf unserer Reise zu begleiten und zu unterstützen. Dies ist eine sehr wichtige Prozedur, da unsere Kanäle in solchen Zeremonien sehr weit geöffnet sind und es den allerhöchsten Schutz bedarf, um sich auf die eigene Reise in die Unterwelt zu begeben. Denn dort finden wir häufig sehr niederschwingende Energien vor, die es zu erlösen gilt. Der heilige Raum mit seinen Begleitern sichert uns eine geschützte Reise und schenkt uns hohe Einsichten, über die wir unseren Unfrieden in Frieden wandeln können. Die Schamanen verbanden uns mit dem Geist der Heilpflanze Jurema. Sie begannen die Trommel zu spielen und starteten ihre in Trance führenden Gebetsgesänge. Ich begann mich zu entspannen, als der Pflanzengeist von Jurema mit mir zu sprechen begann. Linda, hab keine Angst, sagte sie. Du kannst nur dir selber begegnen und du wirst heute Nacht deine innere Kraft der Jägerin kennenlernen und diese integrieren. Wow, da war sie wieder die Information über die Jägerin. Puh, war das aufregend, du glaubst gar nicht, wie spannend das in dem Moment für mich war. Doch um in diese Kraft zu kommen und diese aufzuspüren, nehme ich dich mit in mein Pflanzenreich, sagte Jurema weiter. Pflanzen sind die heiligsten Geschöpfe auf diesem Planeten, da sie als einzige Kreatur gar kein Ego besitzen. Mit diesen Worten zog sie mich hinein ins Erdenreich. Das Reich, was ich dort kennenlernen sollte, steckte voll von Informationen. Der Abstieg ins dunkle Erdenreich wirkte zuerst etwas bedrohlich auf mich, ich hatte etwas Mühe zu atmen, doch dann stellte sich heraus, dass diese Blockade nur in meinem Kopf vorhanden war, denn richtig unter der Erde angekommen, konnte ich mich mühelos bewegen, frei atmen und diese Welt war bunt, voller Farben und Schönheit. Jurema ließ mir Zeit, mich zu akklimatisieren. Überhaupt war sie sehr liebevoll und geduldig, was mich etwas überraschte, denn ich hatte gehört, sie wäre eine sehr strenge Lehrerin. Als könne sie meine Gedanken lesen, antwortete sie prompt, ich wäre ihre Schwester. Und sie versichere mir, ich würde mich die ganze Nacht sehr wohl fühlen, ich hätte nichts zu befürchten. Im Gegenteil, ich würde mich erinnern, denn all das sei auch mein Zuhause. Ihre Schwester? Die Schwester einer Heilpflanze? In dem Moment erinnerte ich mich an eine zurückliegende Zeremonie aus 2019, als mir dort ein Schamaner sagte, Linda, eres la medicina. Auf Deutsch, Linda, du bist die Medizin. Ganz schön spooky das Ganze. Jurema lachte und sagte, dass es jetzt nun langsam an der Zeit wäre, endlich meine Zweifel loszulassen und mein wahres Sein anzunehmen. Leichter gesagt als getan, dachte ich bei mir und dieses Mal antwortete sie nicht darauf. Wir setzten unsere Reise fort und wir begegneten einer Menge vertrockneter Pflanzen. Es waren die Pflanzen, die ich noch vor ein paar Tagen vernichtet hatte. Und es brach mir das Herz, als ich all das Unheil sehen konnte, welches ich angerichtet hatte. In der Tat, ich hatte vor ein paar Tagen meinen Garten unter Tränen von Unkraut befreit. Mir taten all die süßen kleinen Pflänzchen leid, die ich ihres Lebens beraubte, nur um einen gepflegten Garten zu haben. Doch ich war irgendwie in der Zwickmühle und wusste mir keinen Rat, denn das Haus ist gemietet und ich muss es ja in einem ordentlichen Zustand halten. Jorima erklärte mir, dass ich das in Zukunft nicht mehr selber erledigen solle. Mein Bewusstsein sei jetzt soweit, dass dies nicht mehr in meine Hände gehöre. Ich bräuchte mir allerdings auch keine Sorgen machen. Ich würde einen Menschen finden, der es übernimmt und für sein Bewusstsein hätte diese Arbeit seine totale Richtigkeit. Wir tauchten tief ein in den Sterbeprozess der Pflanzen. Es war fast unerträglich, diesen komplett selbst mitzuerleben, doch Jorima führte mich unbeirrt weiter mit der unausgesprochenen Information, ich würde es gleich verstehen. Es war, als würden wir durch einen tiefen, schmerzvollen Tunnel tauchen, an dessen Ende sich dann alles in eine neue Daseinsform ergoss. Das Bewusstsein der vormals sterbenden Pflanzen war unbeschädigt in ein neues Leben, in eine neue Seinsform hineingeglitten. Es war so spannend zu sehen, oder besser gesagt, so wirklich selbst mitzuerleben, wie dieser Stirb- und Werdeprozess abläuft. Jorima zeigte mir anhand dieses Beispiels sehr eindrucksvoll, dass es keine Schuld gibt. Wir tauschten uns noch sehr lange über diesen Vorgang aus, also vor allem auch sehr intensiv, bis sie sich ganz sicher war, dass ich in der Tiefe verstanden und gefühlt habe, dass Schuld generell nicht existiert. Dass alles sogenannte Schuldigmachen einzig und allein der Bewusstwerdung dient und alle Parteien auf der Seelenebene mit dieser Lernaufgabe vertraut und einverstanden sind. Dann gab es einen abrupten Zähnenwechsel. Plötzlich befand ich mich in meiner Kindheit wieder. Ich träumte. Ich träumte einen Traum, den ich als Kind immer wieder geträumt hatte und jede Nacht panisch und schweißgebadet wach wurde. Mein Kopf brennt. Ich will runter ins Wohnzimmer laufen, um Hilfe von meinen Eltern zu bekommen. Ich taumle in Zeitlupe aus meinem Kinderzimmer durch den Flur. Versuche die Treppe runter zu laufen, während mein Kopf in Flammen steht. Ich setze immer wieder an, um Hilfe zu rufen, doch es kommt kein Ton aus mir heraus, maximal ein leises Röcheln. Es fällt mir immer schwerer, bei Bewusstsein zu bleiben und nicht in Ohnmacht zu fallen. Von weitem kann ich schon die geschlossene Wohnzimmertüre sehen und dahinter das Reden und Lachen meiner Eltern hören. Ich komme kaum voran. Alles dauert so ewig. In Zeitlupe. Endlich unten angekommen, versuche ich mit letzter Kraft die Türklinke zu erreichen. Doch ein paar Millimeter bevor mir das gelingt, breche ich zusammen, verbrenne und sterbe, während ich meine Eltern reden höre und sie nichts davon mitbekommen. Boah, diese Erinnerung, wie die zurückkamen, das war, pfff, das war so heftig. Jorima zeigte mir, warum ich damals diesen Traum immer und immer und immer wieder hatte. Meine Sorgen als kleines Kind waren so übermächtig, dass ich an ihnen zu sterben drohte. Ich konnte mich damals niemandem mitteilen und meine Eltern nahmen nicht wahr, was mit mir los ist. Hinzu kam, dass sie mich generell nicht verstanden und ich fühlte mich sehr allein und falsch in dieser Welt, so wie in meiner Familie. Es war sehr bewegend, mich komplett an all diese Gefühle zu erinnern, an all diese erdrückenden Sorgen, zu sehen, wie ich mich damals gefühlt habe. Während ich dastand und mich als Kind beobachtete und alles nochmal eins zu eins durchfühlte, liefen mir die Tränen wie verrückt. Ich spürte so viel Liebe zu mir als Kind und es tat mir so unendlich leid, mich so hilflos zu sehen. Jorima zeigte mir auf, dass meine Eltern selbst sehr große Sorgen hatten und aufgrund ihres Bewusstseinsstatus nicht in der Lage waren, eine Verbindung zu mir herzustellen. Zu sehr waren sie mit sich und ihren erdrückenden Sorgen beschäftigt. Auch hier konnte ich die Situation meiner Eltern beobachten und alles fühlen, was sie fühlten und auch hier überkam mich tiefe Liebe und Verständnis für die beiden. Jorima forderte mich auf, all meine damaligen Gefühle anzuschauen. Es war schrecklich. Tiefste Ohnmacht. Eine unendliche Traurigkeit. Sie führte mich immer tiefer durch den Strudel meiner ungeliebten Erinnerungen und sie fragte, was fühlst du noch? Und immer wieder, was fühlst du noch? Und dann kam sie endlich. Diese unbändige Wut. Eine solche große Wucht an Wut. Da war sie. Die unterdrückte Wut, die ich als Kind nie fühlen oder zeigen durfte. Wir nahmen diese Wut und schauten uns an, was aus ihr geworden war im Laufe der Jahre. Ein großer Teil lag wie ein blockierender, riesiger Felsbrocken von meinem Sexualchakra. Ein anderer Teil dieser Wut steht mir im Hier und Jetzt längst zur Verfügung. Ich erkannte, dass ich diesen Wutanteil gewandelt hatte, als Kraft, meinen eigenen Weg zu gehen. Aus ihr ist mein Mut gewachsen, mein Ding zu machen, ohne darauf zu hören, was andere darüber denken. Wegen ihr bin ich in der Lage, eingefahrene Muster zu durchbrechen, Chancen zu erkennen und mich trotz Ängsten und Zweifel in diese Chancen hinein zu begeben. Es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Ich brauchte diese Erfahrung als Kind, um diese Kraft zu entwickeln. In diesem Moment trat eine tiefe Versöhnung mit meinen Eltern ein. Alles, was gewesen ist, folgte dem kosmischen Plan. Es gibt keine Schuld. Jorima forderte mich auf, die gesamte Wut nun aus der Versenkung herauszuholen. Also diesen Felsbrocken vor meinem Sakralchakra. Es ist nicht mehr dienlich, sie zu unterdrücken. Sie würde mir nun als Stärke vollends zur Verfügung stehen. Als Jägerin brauche ich diese Kraft. Frei von Zweifeln, meinen Instinkten zu vertrauen. Frei von Zweifeln, meine ganz eigene Wehkarte zu zeichnen. Eine Wehkarte, die einen Weg beschreibt, den noch keiner gegangen ist. Wo es keine Wegweiser gibt, außer meiner Intuition. Ich bekam in dieser Einweihungsnacht zur Jägerin noch viele Trainingsaufgaben, die mir halfen, meine Zweifel zu erkennen und diese zu überwinden. Zum Schluss warnte sie sich noch meinem Business zu. Zuerst dachte ich, jetzt schaltet sich aber wirklich mein Ego ein. Doch auch hier versichtete sie mir, ich solle endlich meinen Zweifel ablegen. Sie würde sich sehr gerne um mein Business kümmern, denn diese Klarheit in diesem Business, das entspräche ihr selbst sehr. Sie zeigte mir auf, wie wertvoll mein Seinspotential-Coaching sei, was es mit den Menschen auf längere Sicht machen würde. Dass dieses Seinspotential-Coaching uns die Kraft schenkt, wieder ganz zu werden. All das Potential, welches wir in unser Leben mitgebracht haben, wieder zu entdecken. Sie zeigte mir, was mit jedem Einzelnen von uns geschieht, wenn wir ganz wir selber sind. Das Wort ganz umzog sie noch einmal mit einem ovalen Kreis, welcher die Ganzheit symbolisieren sollte. Es sei das wahrscheinlich geilste Coaching der Welt. Herrlich, ihre Ausdrucksweise. Dafür ist Jorimma übrigens bekannt. Sie ist klar, direkt und voller Humor. Sie bedient sich einer jungen Sprache, sie macht nicht viel Geschiss um die Dinge. Was für eine unglaubliche Nacht. Ich hatte großen Respekt vor Jorimma. Den habe ich immer noch. Aber jetzt, jetzt liebe ich sie so sehr. Und nun zu dir. Frage dich, welche Kraft ist aus deinen nicht so leichten Kindheitserfahrungen gewachsen. Nimm dir Zeit, genau hinzuspüren. Geh immer tiefer. Was wurde unterdrückt? Was ist daraus geworden? Was möchte noch erlöst werden? In welche Richtung haben dich deine Erfahrungen geführt? Welche positive Kraft wurde dir durch deine Erlebnisse geschenkt? Alles, was uns widerfährt, prägt uns. Schenkt uns Eigenmacht. Wir müssen diese Kräfte nur erlösen. Sie von der Destruktivität in die Konstruktivität wandeln. Und das ist gar nicht so schwer. Wir haben oft einfach nur einen blinden Fleck. Und sehen es nicht. Doch sobald es uns bewusst ist, reicht ein Perspektivenwechsel. Mein Seinspotential-Coaching kann dir dabei helfen, wenn du nicht weiterkommen solltest. Einfach melden, dann reden wir zweimal drüber. Mal schauen, vielleicht erzähle ich dir in der kommenden Podcast-Folge von der zweiten Nacht, in der ich zum Jaguar wurde. Wenn dich das interessiert, dann schreib mir. Deine Linda Deine Linda